Hey Leute, herzlich willkommen. Ja stimmt, das war fast hingeblieben im letzten Tag, weil wir sollten ja ein Kaufzentrum machen, aber ich habe mir da schon eine Sache überlegt, wir fahren beide, weil die nicht so gerade groß sind und wir fahren den hier, dann einmal hinten den Schnellstart und hin und zurück. Warte, das ist ja wirklich gar nichts, das heißt, die nächste Folge, das heißt, nach dieser Einfahrt, ach da noch eine, also wenn man so denkt, komm, wer weiß, weshalb ich will, komm, fahren wir doch lieber mal zwei Buslinien. Ja, aber egal, einmal will ich mal wieder meine Lieblingsfluss fahren, nur einmal, einmal. Und dann fahren wir dann wie immer mit unserem kleinen Bus. Ah, falsch, wir haben hier nur zwei Tasten zum Bus bekommen, den Bus sogar. Moment, ich kann mal zwei sein, also. Ja. Ah, okay. Ah, okay, verstanden, dann lass uns die. Okay. Okay, wir fahren jetzt einmal zum Einkaufzentrum. Und dann manchmal wieder zum Einkaufzentrum. Ich glaube, wir werden das eher anders machen. Ja. Vielleicht, dass wir dann auch noch drinnen mit dem Bus. Ich glaube, ich brauche mehrere Fahrgarten, bitte. Ich bin mir da 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 Aber egal Nächste Halle Lüte Straße West Die Tür schließt nicht Oh mein Gott Da gibt es nicht immer Das ist ja König die Ich weiß nicht Wenn man aufstehen muss Aber G Genik Bemerkung Ich möchte eine Fahrkarte kaufen Ja ok jetzt machen wir es richtig so ist es zu hier wow das war wirklich knapp das ding ja wir machen es einfach einfach wenn man gerade keinen nimmt zu warten guck mal kann ich nicht so warten haben falsch dadurch dann war es so einfach aber wo sieht der so kaputt aus wow wir unterhalten uns später juhu ich kann einfach mal was also getrennen können so lange so lange warten können bis die Ampel rot wird aber wobei das von der Zeit her nicht reißen würde wow wäre das wahrscheinlich gewesen wenn man Lenkrad so schöne ja ja ich muss ja eine Brustschicht sagen doch wie so nein ja ich muss ja eine Brustschicht sagen doch mhm okay dann müssen wir gleich irgendwie gucken wie wir wenden nein wow ja ja jetzt war noch eine halbeste wo sie anhalten müssen und abgang geht vom einkaufszentrum okay naja da war es ja für knapp das ist ja wenn das noch weiter auf Videos hochladen Und da ist es so schwer. also so gut also so gut aber das ist ok ok ich würde nicht mehr sein gut ich muss nicht mehr ein Halt um Nächster Halle. Einkaufszentrum. Dies ist der letzte Halle. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habswidrigkeiten mitzunehmen, wenn die aus dem Bus aussteigen. So eine Erlebnung, die es dort hat. Einfach noch draußen rumgehen, studieren. Und heute treffe ich dich viel besser. Jetzt und bis da. Aber was will man machen? Wofür hätte man das wissen können? Irgendwie. Oh. Ich glaube das wäre. Ob das war dumm? Jetzt, ob wir das gemacht haben. Und hier abliegen. Ja. Ich glaube das war dumm. Ja. War. Und auf dem Minimabbeam müssen wir dann wieder abbiegen. O. 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 Hm. Das nächste Kapitel noch kommen. Dürfen es noch ein bisschen wieder sein. Die uns jetzt noch fehlen. Noch fehlen. Noch fehlen. Das heißt, wenn wir genau zwei Fasten jetzt machen, dann ist das einfach so eher tätig zu werden. Hm. Ja, wenn jetzt der große Ampel ist. Hm. Okay. Das heißt, ich muss jetzt kurz wieder auf den Desktop. Desktop gehen. Ich muss noch abwarten, wenn der Ping wieder mal besser wird. Und wenn das besser ist, dann hast du ja das nächste Video. Oder hat das letzte Zimmern nicht. Da können wir uns dann in der nächsten Folge um die nächsten Anforderungen, die man uns gibt. Ja, das ist jetzt ein bisschen zu sehen. Ja, das ist jetzt der erste Gebotamiya. Oh, und? Wow, ich habe ihn verfolgen. Also, gehen wir dann hier an und sagen, ob er jetzt nicht zu sehen. Oh, okay. Hm. 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 Ja. Nein. Okay, ab jetzt, lass ich lieber diese Mode an. Na, hier ist das wirklich nicht mehr zum Spaß bemerk. Ja. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Okay. Das war's. Okay. Ja. Okay. 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 Wow. Okay. 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 Yeah. Okay. 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 Aber als wir das Spiel jetzt playt hatten, hatten wir noch immer Updates, Über-Update, Über-Update gehabt. Okay, gut. Das war nicht so. Hey, halt. Und dann mal ganz hoher, oder? Nein. Noch ein bisschen Zeit. So, und dann passen wir hier einmal an. Dann müssen wir nochmal anhalten. Guten Tag, eine normale Einzelfahrt. Guten Tag, einen schönen Tag. Nächster Halle, neue Straße. Neulich habe ich nicht so gut gesteckt, um was zu passieren. So. So. Weiß. So haben wir gerade mal das einmal gemerkt. So. 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 Das ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habsiedlichkeiten mitzunehmen, wenn die aus dem Bus aussteigen. Und ab da wäre dann der Oktober. Oktober. Weiß, da kommt der Part auch in Oktober an. Wow, Alter, ich kriege Taktos-Valade in der Zeit. Weiß, da muss aber mal, dass da noch mehr kommen. Um mehr in das Aufgaben zu kommen. Weil dann kann man perfekt Videos aufladen. Irgendwie. Wow. Da haben wir ja direkt den Übergang. Wenn man selber sicher macht. Wenn wir woanders sind. Ja. Das heißt dann wohl, nur noch eine Rückfahrt machen. Und dann passt das dann wieder für diese Folge. Und das, wenn man die Vorfahrt genommen hat, ging auch schnell. Ich meine, der sieht, dass ich links und sieht, dass ich auch losgefahren bin. Und dann kommt mir so los. Ich sage halt echt so die Vorfahrt für mich. Und wo. So weit gehen sie in die Impfung. Heiß. Hier machen wir das auch. Immer wenn wir. Heiß. Oder so klar. Es war Maidon. Das wir irgendwie einen Unfall brauchen. Hier. Ach ja. Hätte ich das eher gewusst. Wenn dann schon so. So viele Unfälle uns erfahren können. So. Ja. 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 Ja doch. Man kann mit ihm. Das kann die. 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 Killa. Ja. Ja. Das recht. Herr Schèmes 회mer, Mate, ja. Ähm, Herr, was, warum musste der gerade das Meer so an mich anfangen, weil ich hab gar keinen Bock mehr. Aber immerhin haben wir es ja geschafft, so, so, wenn dann. Und das hat ja doch nicht aus Abwehr geschnitten. 4 Euro, ähm, da. Ah, toll. In dem Gesenksbus wollen wir nur fahren, wenn wir in der Runde keine Rückfahrt kommen müssen, weil wir so immer komisch fahren. So, ich fahre einmal hier lang. Ich schweifle gerade 4,1, fertig, eh. Ah, nein, doch nicht. Ach, nicht. Ach, dann. Wo läuft es? Ach, ja. So, als Abwehr schon mal. Doch, so spät so läuft. Ja, heißt das, wo bis heute noch noch ein bisschen noch ein paar Part hochladen zu laden. Mal. Mal. Was ist, was heißt, ob ich davon kann. Heiß. Und. Die nächste Folge. Sonst. Machen. Aber man kann es eigentlich nur machen, wenn man Offline-Spiegel spielt. So, was bequen sie mal nicht. Was sagt man hier am besten? Die Part hochladen. Halt wie hier, weil sie ja hier lokal arbeiten. Und oft kein Sauerkrad was zu tun haben. Und das ja für einen Pink ja auch nicht so krass gut ist. Überall ja wissen. Ja. Wo ist denn Mama von? Okay, jetzt müssen wir noch weiter nach vorne kommen. Okay, jetzt müssen wir noch weiter nach vorne kommen. Okay, und? Okay, aber sonst ist es nicht mehr. Die Part hochzuladen. Oder? Doch. Oh ja, nein. Das weiß ich gerade. 47. Das heißt, dann muss ich einfach probieren. Ach, das passt dann. Ich hoffe, das muss ich nochmal ausprobieren. Ja. Okay, gut. Ich hoffe, das muss ich noch mal ausprobieren. Doch. Nicht so was. Ich hoffe, da ist er dann eben noch ein Part hoch. Mal, sobald er fertig ist. Man nennt das Ping. Kann man jetzt dann ausprobieren. Das ist fertig. Ähm. 48. 48. Ja, echt. Dann habe ich so gut wie es geht, dass ich es dann geschafft habe. Ich bin schon fast mal hochladen. Aufladen. Das heißt, ich bin gerade bewusst gar nicht da drinnen. Und dann weiß gar nicht, was hochladen muss. Dann muss ich jetzt noch mal ein paar Teile machen. Dann muss ich jetzt noch mal ein paar Teile machen. denn ich habe gerade keinen Einfluss drauf gehabt, ah jetzt habe ich genau das Ersiege gemacht was ich gesagt habe. Ich denke der Bowser packt es gerade rum, zur Not muss man einfach mal nachzupfen, weil dann sieht man es ja auch wenn der Part hochgeladen ist, ob das direkt in der Playlist steht oder auch nicht. Das heißt, ich habe für morgen noch ein paar Part hochgeladen, für übermorgen, wo? Ok, das heißt, 3 Euro. Da gibt es noch was für die Nummer raus. Das ist gerade. Oh, da. Neue Straße, West. Oh, was der Mann macht dann? Und? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. weil er den Hohen Punkt geht ab weil ich mach immer mach immer folgendes denn wenn man also download ist wir haben im Hintergrund auch ein bisschen download Sankt Andreas Kirche dann muss ich da was ändern mal Dann haben wir noch eine Heizestelle vor uns, ja und dann kommt ja schon die End-Heizestelle. Gut, nee, sonst halt ich gefälligst an, wenn ich blinke. Wie geht der endlich nicht immer heutzutage? Okay, jetzt fahre wir die noch mal weiter. Ja, das passt einfach, weil ich die Rest mit hab. Ja, heißt, dann fahren wir gerade auf den Router. Und dann... Ich will sagen, was ist das für diesen Parten? Pardon. Ich weiß nicht, wie ich Strecke geplant habe und rausgesetzt wird, hab von euch. Ja, es ist aber spät, dass wir mehr Gasse weit sind. Was, da soll der Hänger? Soll ich noch nie einen Bus machen? Nein. Hm? Oh, 10.000 eingenommen. Wow. Hey, wow, wo ist das für? Und damit... Okay, man. Dann... Oh, jetzt geht's mal. Guten Tag. Mira Tannhauser von der Stadtverwaltung. Dank der neuen Buslinien sind die Umsätze im Shoppingcenter erheblich angestiegen. Gut gemacht. In Kürze steht ein großes Fußball-Event an. Wir haben hierfür extra ein Public Viewing im Stadion eingerichtet und benötigen nun eine Buslinie, die die Leute von den Sammelpunkten zum Stadion zurückbringt. Können Sie uns bitte helfen? Oh, oh. Jetzt haben wir genau unser Problem. Okay, heißt in der nächsten Folge... Falsch? Wir müssen... Wir müssen... Also... Hier steht nicht voll mal wieder... Einmal hier... Nein, nein, nein... Hauptbahnhof... Hier... 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 Dann... Fahren wir... Diese Linie dann in der... Nächste Folge... Dann... Dann... Ja... Dann haben wir... Hier... Also... Das heißt, wir müssten... Dann wirklich... Fünf Sterne shoppen. Das heißt, dann haben wir auch... Jahrhundert... 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 Sonst... Dann... 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 Wann... Dann... und besitze je ein modell je bürste immer die namen ja gut gut den haben wir noch ja heißt dann dann können wir auch wieder einen erfahrer einstellen da fahren wir dieses public viewing um dann wieder gleich zu können jo wir sind fertig na dann so würde ich sagen man macht was mal von den xxl heißt und ich guck einmal 10 uuuh was noch ganze noch heißt uuuh 4 fallen 1 fallen wow wow ich kann gerade doch nicht nach wo kommt so viel dick was ok gut das heißt das muss ich dann in noch machen wie aber ich vergess mal noch wo 109 kilometer 424 warum fast fast 1800 800 das schaffen wir noch und dann würde ich sagen können wir uns in der nächsten folge und dass wir den hier schaffen dann heißt bis dann haben wir schon die 2 millionen marke geknackt und haben immer mehr fahrer dann aber jetzt läuft das so langsam mal bei uns da heißt wenn wir auch die drastischte wofür sind wo ist der noch und ich meine dann haben wir ja immer noch 2 millionen heißt dann kann man was und die jetzt wird der Kampferberg in die nächste Folge loadern was ist das für die Folge loadern, ciao